Die Getränkedose ist populär. Ihre Absatzentwicklung steigt weltweit. Verbraucher schätzen, dass die Dose handlich und platzsparend ist, den Inhalt schnell kühlt und gerade für unterwegs oder wenn Einzelportionen gefragt sind, unschlagbare Vorteile bietet. Außerdem ist die Aluminiumgetränkedose die meist recycelte Getränkeverpackung der Welt. Sie ist aus nur einem einzigen Material hergestellt, was es besonders leicht macht, sie zu sammeln, zu sortieren und zu recyceln. In Deutschland beträgt die Recyclingquote 99%. Die Getränkedose lässt sich, im Gegensatz zu den meisten anderen Verpackungsmaterialien, ohne Qualitätsverlust nahezu unbegrenzt einschmelzen und wiederverwerten. Sie leistet als modernes Kreislaufprodukt einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung. Wenn Sie in die Abfüllung in Getränkedosen investieren möchten, dann vertrauen Sie in unsere KRONES Gesamtkompetenz. Wir beraten Sie hinsichtlich Aufstellung und Ausstattung Ihrer Apfellinien. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung. Wir versorgen Sie mit der optimalen Linienleistung von klein bis groß von 10.000 bis über 130.000 Dosen pro Stunde. Wir geben Ihnen Service aus einer Hand. Unser weltweit geschätztes Service-Netzwerk garantiert Ihnen kurze Reaktionszeiten und kompetente Hilfe. Wir sind Ihr verlässlicher Partner, wenn es um die Gesamtkompetenz bei der Abfüllung in Getränkedosen geht. KRONES – We do more